Ein natürliches Ergebnis nach einer Sixpack-OP am ersten postoperativen Tag. Man kann sehr deutlich die Mittellinie hier vorne sehen und die seitlichen Flanken. Klar, die einzelnen blauen Flecken, die werden wahrscheinlich noch da sein, aber der Patient kann ganz normal arbeiten und wir freuen uns, dieses Ergebnis euch zeigen zu können.